Unverändert Was ist denn hier eigentlich? Okay Verdammt! Das ist ein Energiekern Nix, geh und hol das Pacta Sehr gut Okay, hier sind wir schon mal nicht richtig Da kommt er mit der Railgun da rein Ich dachte, der wollte mich nicht verarschen, Alter Das Hochjagen bringt mir nicht so viel Gott, da müssen wir hin Ist doch nur ein Dritter Oh Gott Okay, ich glaube ich mach das von der Seite Okay Okay, hier hat er Eine ganz übel Bucket-Geschichte Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Was ist das da eigentlich? Genau, mach die Bude mal auf Was soll das sagen, Alter? Hier ist irgendwas Klasse 11 Perfekt Das heißt, wir haben jetzt eigentlich unser Ziel erreicht, ne? Das ging ja schneller als ich dachte Äh... National Das work Äh... Der Lilit Alte Schiffswrack Auf der Karte anzahlen Das alte Schiffswrack So, hier Inventar Jaa... Jetzt müssen wir grad kump... Komisch um, ne? Lelelelelelelelel Schmugga Ich musste doch irgendwie diesen Schatz da mir holen. Was ist denn los, Alter? Das Ding ist, wenn ich den jetzt öffne, ne? Dann kommt er da angelaufen. Ihr Mr. Und dann wird's hier voll in der Bude. Ja. Im Wrack. Auf der Karte anzeigen. Imperiale Konsole. 20 Meter nach oben. Okay. Okay. Da müssen wir ein. Aber was ich jetzt mal gerne wissen möchte, wo das Wrack ist. Der Hydroantrieb klemmt. Der Motor springt nicht an. Siehst du was? Hey, Nix. Der Knopf, da drüben. So. Ist jemand in der Nähe? Ja, komm. Komm zu Papi. Äh, zu Mami. Okay. Ich freue mich schon auf meine neue Stelle. So, mein Problem ist der da. Sobald ich nämlich da einen Schuss mache... Sobald ich nämlich da einen Schuss mache... Was ist die da? Hab ich gar nicht gesehen, Alter. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Nichts Außergewöhnliches bei Merk. Hey, öffne den Schacht. Der Westschacht ist blockiert. Ich sehe mal nach. Haben wir die neue Ausrüstung schon bekommen? Äh, warte mal. Ich konnte doch mich hier irgendwo abseilen. Ach nee, es war im anderen Raum. Entschuldigung. Ich brauche eine Pause. Äh. Die brauche ich schon länger. Da komm mal runter. Äh, steigeln. Da ist er zum Beispiel. Der Vogel und dann der Vogel. Und der hat diese komische Railgun. Hab ich gar keinen Bock drauf. Oh Gott. Mal hier lang. Geht's nach unten? Oh, bitte lass ihn nach unten gehen. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das Solarfeld ist durchgebrannt. Jemand muss für Ersatz sorgen. Ja. Nix, zeig was du kannst. Hm? Moment mal. Ah! 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 Virtual-ID-Chips. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder eine fette Kiste. Was siehst du? Dann haben wir hier noch eine Ahnung behinderung. Weij gab es und wir auch đãi interessiert. Das gab es keinen Sinn, haben wir hier åren. Merlioll Stateschau. Damen und hoffen. Auf geht's nicht mehr. And damit du siehst. Jetzt kam es nicht an ruhiger Battle' mit. C Hertz das J Alltolpum an Kiste auf die Kiste wieder zurücker. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wo ist mein Werkzeug? Es könnte schlimmer sein. Zeit für eine kleine Showanlage. Noctus! Hol sie dir, Kumpel. Oh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zum Angriff, Nix. Nutzlos! 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 Nutzlos!